Was passiert, wenn man ein Baby mit einem tragischen Clown macht? Techtelmechtel im Busch? Nein, 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 verlassen Sie es nicht. Ich glaube, das ist eine der krassesten Challenges. Die Sims können nämlich nicht flirten oder ein Baby machen, wenn sie traurig sind. Aber offensichtlich gefällt es ihnen, wenn man es im Schrank macht. Und ich bin so gespannt, ob ihr wirklich ein Baby von einem tragischen Clown...